Hallo zusammen, wir sind BiancaStory und wir laden euch herzlich ein zum Coming-Home-Festival vom 11. bis 14. Januar 2012. Coming-Home-Festival. Was heisst das? Coming-Home. Heimkommen. Heimkommen? Heimat. Heimat ist ein kleiner verstaubter Begriff. Man hat den relativ zu lang den Rechten und nicht so Jungen überlassen. In unserer EasyJet-Generation, was bedeutet uns eigentlich Heimat? Darum haben wir unsere Künstler und Freunde angerufen und gesagt, sag doch auch etwas zu diesem Thema. Entstanden ist ein Festival mit Leuten wie Big Sis, Jörg Halter, Thomas Wittemur, Seidi und noch vielen anderen. Kommt doch vorbei schauen, es wird uns freuen. 13. Januar kommt Platten raus und in diesem Sinn... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020